Haben sie im Moment mit Krankheit zu kämpfen? Sie sind müde geworden durch die Last und den Stress ihres Alltags? Ist in ihnen etwas zerbrochen, das wieder heil werden muss? Jehova Rafa ist der Name für Gott, der bedeutet, ich bin der Herr, dein Arzt. Er ist ein Gott der Gesundheit, Heilung und vollständige Wiederherstellung schenkt. Bayless Conley spricht in seiner Predigt, Gott heilt, was die Bibel dazu sagt, darüber, wie Gott heilt. Fordern Sie diese sendungsbegleitende Predigt auf CD oder DVD bei uns an. Rufen Sie uns unter der eingeblendeten Nummer an oder besuchen Sie unsere Internetseite und fordern Sie ein Exemplar der Predigt, Gott heilt. Was die Bibel dazu sagt an, auf CD oder DVD. Lernen Sie Gott als Arzt Ihres Lebens kennen und entdecken Sie seine Heilungskraft. Die Gabe der Beschreibung von εν